Nachfolgend wird die Cockpit LED Anzeige in Verbindung mit einem externen Display gezeigt. Wir biegen jetzt hier links rein und haben auf dieser langen Strecke, geraden Strecke, jetzt hier gelb, doppelgelbe, kurz 60 bis zum Schluss. Die gelbe startet jetzt hier beim linken LKW, jetzt hier Highbike. Das gelbe, zack, ich fahre ein bisschen schneller. Die doppelgelbe kommt ein bisschen später, wird aber 200 Meter jetzt hier bei diesem LKW, zack, gescheitert. Zwei gelbe bei uns, das blinken über dem Sack, das hat der Sack gemacht. Und jetzt haben wir hier Code 60, das kommt jetzt, zack. Und das Code 60 fängt jetzt eigentlich hier am Zaun rechts bei der Halle an, jetzt. Und hört jetzt hier am Ende der Straße auf. Da tue ich jetzt mal ab, runterzählen, 3, 2, 1. Und hat dann auch auf grün geschaltet, sowohl unser LED-Display wie auch das Sub-Display. Und das ist okay. Das ist okay. Untertitelung des ZDF, 2020